Herzlich Willkommen bei Metaproduktion 2.0, Blog Nummer 9 und heute zu Gast haben wir den Patrick Embach. Der Patrick Embach ist Vollzeit und Berufs- und Vollblutmusiker und hat auch mit uns schon seit Jahren immer mal wieder zu tun, hat mit uns schon gedreht, hat mit uns schon Bandprojekte zusammen durchgezogen und so weiter. Aber das wird er euch natürlich gleich selbst erzählen. Patrick, schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen? Gerne. Hi, mein Name ist Patrick Embach, ich bin 40 Jahre jung, bin freiberuflicher Musiker und auch Musiklehrer an der Städtischen Musikschule in Bensheim, genau, und arbeite seit neuestem auch an der Gesamtschule, der Erich-Kessner-Schule in Bürstadt, auch im Bereich Musik, wie man sich denken kann. Okay, da höre ich ja jetzt direkt schon raus, als Vollblutmusiker ist es nicht nur so das Bühnenleben, man geht nicht immer nur steil oder spielt immer nur von West nach Nord, Süddeutschland. Das heißt, Musikschule ist ein großes Thema in deinem Leben. Ja, absolut, weil das war auch schon zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, ein großes Thema, dass ich einfach etwas haben wollte, worauf ich so ein bisschen zurückgreifen kann. Das heißt, wo ich weiß, da kommt jeden Monat ein bisschen Geld einfach in die Kasse. Also ein zweites Standbein. Das ist quasi ein zweites Standbein, oder das war für mich eigentlich immer auch das erste Standbein. Ich habe schon immer gerne mit Kindern gearbeitet, ich habe schon immer gerne unterrichtet. Das hat schon angefangen, als ich Judo gemacht habe. Und dann irgendwann hieß es, hey, hast du keinen Bock, bei uns Trainer zu sein in dem Verein, in dem ich trainiert habe. Und da ging das Ganze dann auch schon los. Und irgendwann, während der Ausbildung, habe ich angefangen, Keyboard und Klavierunterricht zu geben. Und das hat sich dann auch so weiterentwickelt. Apropos Keyboard und Klavier, du spielst welche Instrumente? Also meine Hauptinstrumente sind Klavier und Keyboard. Und also Keyboard fällt halt auch Synthesizer-Geschichten und sowas halt mit darunter. Singst du auch ab und zu? Wenn ich darf, ja. Okay, wenn du darfst, okay. Dann spiele ich noch Bass. Werd auch öfters mal als Bassist gebucht für verschiedene Sachen. Und Rhythmus-Gitarre würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay. Das heißt, du spielst jetzt viel Instrumente, bist an der Musikschule unterwegs. Hast du jetzt überhaupt dann noch so eine große Freizeit? Oder nimmt das schon, sagen wir mal, 70, 80, 90 Prozent von deinem Alltag irgendwie so ein? Oder hast du noch viel Raum für anderes? Also warum ich das frage? Da komme ich später dazu. Wir haben natürlich mit dem Patrick auch schon vor der Kamera gearbeitet, aber da kommen wir dann gleich dazu. Also wo hast du da, hast du noch Luft? Oder nimmt sich das voll und ganz ein? Im Moment ist es so, seitdem ich jetzt noch an dieser Gesamtschule unterrichte, was mir auch tierisch Spaß macht, weil es einfach ein neues Aufgabenfeld ist. Und nimmt mein Job schon sehr viel von meiner Zeit in Anspruch. Auch da ich zum Beispiel ja auch manchmal so Playbacks für Sängerinnen produziere oder jetzt für ein Großprojekt im nächsten Jahr die Arrangements schreibe. Es hört sich nach Arbeit an. Es ist Arbeit, es macht aber auch Spaß. Da muss man dann einfach auch mal zwischendurch sagen, okay, ich nehme mir die Zeit jetzt einfach. Das heißt, ich habe auch mal so meine Vormittage, an denen ich einfach das Handy ausmache, den Computer runterfahre und dann wirklich etwas für mich tue. Sei es Sport oder sei es irgendwo hingehen, Kaffee trinken. Also wenn ich das jetzt so höre, Musikschule, Musiker in verschiedenen Projekten, da kannst du bestimmt gleich noch was dazu erzählen. Und bist auch viel, viel unterwegs oder schreibst. Das heißt, mit diesem Image, dass das Musikerleben bis ein Uhr pennen und dann irgendwie mal aufstehen und dann mal einen Kick spielen, Fehlanzeige, oder? Also zumindest bei mir ist es absolute Fehlanzeige. Ich finde es auch immer sehr amüsant, wenn ich mit Eltern in der Musikschule zu tun habe, die mich dann fragen, was machen sie denn eigentlich vormittags? Oder was machen sie denn abends? Wo ich mir dann halt denke, okay, die haben überhaupt gar keine Vorstellung. Es kommt, die Arbeit, die man sich als Musiker aufhalzen kann oder die man macht, macht man sich dann im Endeffekt nur aus einem bestimmten Grund. Einfach vielleicht, weil man einen gewissen Lebensstandard haben will, weil man vielleicht später nicht mehr so viel unterwegs sein möchte. Man wird ja auch älter, ja. Man wird auch älter, deswegen. Für mich war dann diese Entscheidung mit der Gesamtschule so ein Grund mit, dass ich gesagt habe, okay, ich bin oft genug in Deutschland rumgekommen, ich war oft genug im Ausland, so langsam kann ich jetzt mal einen Gang rausnehmen. Du bist ja keine 18 mehr. Nee, definitiv nicht mehr. Also ich habe gerade an Fasching gemerkt, so nach vier, fünf Tagen spielen, die Stimme will nicht mehr, du bist einfach nur noch müde, du könntest die ganze Zeit nur schlafen. Und das war wirklich auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt mal gut. Okay, also wir haben uns ja damals, als ich angefangen habe, nach meinem Studium ganz viel auch Ton zu machen im Tontechnikbereich und im Produktionsbereich, was der eine oder andere da draußen noch nicht weiß, habe ich den Patrick bei einem Projekt kennengelernt, der war ein Keyboarder, ich habe die Band Tontechnik betreut. Das war damals die Fisherman and Friends, die gibt es aber heute auch nicht mehr und das ist bestimmt 15 Jahre, nein, 15 Jahre auch nicht, aber 10 locker, oder 10, 12 Jahre? Ich denke schon seit 12 bis 15 irgendwie so in dem Dreh stimmt das schon, ja. Also ihr seht, wir werden älter, aber unabhängig jetzt von den Fisherman and Friends, in welchen Bands findet man dich denn? Wenn man jetzt sagt, sag mal, der Patrick, der ist ja ganz cool, wo kann ich mir den denn mal anhören? Also mit welchen Bands bist du unterwegs? In erster Linie bin ich viel mit Lisa Bund unterwegs. Lisa Bund ist... Gut an der Stelle von uns. Genau. Lisa Bund war 2007 drittplatzierte bei Deutschland sucht den Superstar und sieht man dann oft auch Firmenfeiern, Trauungen, Hochzeitsfeiern. Messen bei den Orben zu? Auf Messen? Auf Messen auch mal, je nachdem. Also wir machen quasi irgendwie alles, was an uns herangetragen wird, also fast alles. Okay. Und darüber haben wir uns dann auch noch direkter kennengelernt in der ganzen Geschichte, als ihr mich damals als musikalischer Leiter haben wolltet, ne? Das ist auch gerade eingefallen. Stimmt. Dann bin ich viel unterwegs mit einer Formation, die nennt sich Bollwerk. Das dreht sich dann um die Lambertheimer Sängerin Barbara Boll. Ich grüße dich auch mal von hier aus, ne? Unbekannterweise, sag euch auch einen Gruß. Und uns gibt es dann verschiedene Formationen. Wir spielen im Duo, Trio, mit kompletter Band, auch je nachdem, was sich ein Veranstalter wünscht. Ansonsten, ach Gott, ich arbeite öfters mal mit Sascha Krebs zusammen. Sascha Krebs ist ein Musical-Darsteller, ist auch der Frontmann von den Queen Kings. Ja. Und wir haben immer mal im Kapitol in Mannheim miteinander zu tun oder auch in Tecklenburg spielen wir immer eine ganz coole Veranstaltung. Also, das ist auch so eins von den Dingern. Dann ansonsten bin ich öfters Aushilfe bei Bands wie Saftwerk. Hab ich auch schon gehört. Hast du auch schon gehört? Ja, ja, ja. Brassmaschinen spiele ich mit. Sollte dem ein oder anderen auch Begriff sein, also Brassmaschinen. Sollte man gehört haben. Genau. Bei der Nightlife-Band darf ich ab und zu noch aushelfen. Die kommen so aus der Stuttgarter Gegend. Dann, ach Gott, was mache ich denn noch alles? Das war ja schon einiges. Schläfst du eigentlich auch nochmal? Schlaf wird komplett überbewertet. Okay, ich mag es gerade. Das kann ich machen, wenn ich irgendwann mal unter der Erde liege. Okay, alles klar. Also du bist schon ziemlich viel unterwegs. Also ich glaube, das Musikerleben ist so genau drein, sowieso das Gefühl. Absolut. Also ich bereue diese Entscheidung überhaupt nicht. Obwohl ich damals 2004 habe ich mich selbstständig gemacht. Überhaupt nicht gewusst habe, was da wirklich auf mich zukommt. Und ich hatte auch meine Rückschläge. Sei es mit dem heißgeliebten Finanzamt oder sonst irgendwas anderem. Das kennt jeder Selbstständige irgendwoher. Auch vielleicht mit Jobs oder Engagements, die nicht so geklappt haben, wie man sich das ganze Ding vorgestellt hat. Aber im Nachhinein, das waren alles Erfahrungen, die man gemacht hat und mit denen man einfach weitergekommen ist. Und mittlerweile jetzt war oder bin ich seit 2004 selbstständig und ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe genug Jobs, ich habe genug zu tun. Okay, aktuelle Sachlage mit genug Jobs ist halt ein anderes Thema. Aber ansonsten, die Entscheidung war goldrichtig. Und ich hatte in vielen Dingen auch super viel Glück. In dem Moment, als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es damals eine sehr bekannte Showroom-Gala-Band, die deutschlandweit und auch im Ausland unterwegs gewesen ist. Die hießen Eurostars. Und zum gleichen Zeitpunkt mit der Selbstständigkeit fiel der Keyboarder von denen für längere Zeit aus. So ein Zufall. Und ich bin direkt reingerutscht. Und auf einmal, du stehst erst da und überlegst, okay, wie machst du das alles jetzt? Und auf einmal rutschst du da rein und merkst, oh cool, du hast jetzt auf einmal 60 Termine. Das war natürlich absolut großartig. War das dann Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die dich angerufen haben? Das war quasi so. Also die Musiker der Band haben mich tatsächlich schon vorher gekannt. Ah, okay. Aufgrund dessen, dass ich als kleiner Junge so meine drei Lieblingsbands hatte, die bei uns zum Beispiel in Bürstadt auf dem Stadtfest gespielt haben. Da gab es dann die Eurostars, es gab Leistegeil, es gab Schepper und die Greggs. Und ich stand als kleiner Junge immer davor. Und irgendwann kennt man sich so vom Sehen her. Die Leute unterhalten sich mit dir. Und einige Jahre später, da hatte ich dann meine erste eigene Band. Die hieß damals No Name. Und wir spielten auf einem Benefizkonzert bei diesen Eurostars mit. Und da entwickelten sich dann diese ganzen Kontakte. Und natürlich auch hat viel Mund-Propaganda dazu beigetragen. Aber auch, trotz der Tatsache, dass damals YouTube und sowas noch nicht so verbreitet gewesen ist, hast du trotzdem geguckt, dass du so Demo-Videos hast oder zumindest eine einigermaßen vernünftige Internetpräsenz. Hast du dann auch noch aktiv dann selbst gesagt, ich mache irgendwie mal einen Flyer? Oder hast du dann gesagt, hier meine Visiten? Ja, hast du auch gemacht. Habe ich auch gemacht, ja. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, vor schon vielen Jahren, bevor das eigentlich mit Lisa dann so anfing, mit diesen Hochzeiten, dass hierfür immer Musiker gesucht werden. Und dass das so ein Bereich einfach ist, wo die Leute sich immer unsicher waren, nehme ich jetzt eine Live-Band oder nehme ich einfach einen DJ? DJ, ja. Mit so ein paar einfachen Flyern hast du da oftmals ein bisschen einfach nachgeholfen. Hast auch mal auf einer Hochzeitsmesse gespielt oder hast sogenannte Promotion-Gigs gemacht, wovon ich aber heute ehrlich gesagt nichts mehr halte, weil warum soll man sich irgendwo hinstellen und für Umme arbeiten? Du würdest auch nicht für Umme irgendwie in den Betrieb gehen und sagen, ich arbeite jetzt einfach mal einen Monat lang, dass mein Chef sieht, ach, wie toll bin ich denn eigentlich. Und dann kriegst du vielleicht irgendwann einen Job und Geld. Genau. Ja, toll, ja, super. Sollte man nicht unbedingt machen. Okay, das heißt, aktuell bist du eigentlich auch so gut gebucht, dass du sagst, ich habe zwar Social Media, ich habe zwar vielleicht, hast du noch ein Flyer aktuell, wo du sagst, den kann ich auch mal rausgeben, wenn einer was will, oder ist das gar nicht mehr notwendig? Nee, habe ich momentan eigentlich keinen mehr. Werde ich irgendwann aber dieses Jahr nochmal in Angriff nehmen. Im Moment wird gerade meine Homepage und alles überarbeitet, weil da jetzt verschiedene Punkte mit dazukommen. Man muss sich als Musiker immer mal Gedanken machen, wie sorge ich dafür, dass ich weiterhin im Gespräch bleibe. Es ist dann auch schön, wenn du auf Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram oder sonst irgendwas... Du tust ja auch recht viel. Ja, ich finde es immer sehr, sehr lustig, weil ich merke, dass jetzt auch immer mehr meine Schüler einfach... Dir folgen? Auf meine Kanäle gehen, mir folgen, kommentieren oder mit mir dann teilweise auch über verschiedene Sachen reden. Zum Beispiel, wie ist das denn bei einem Auftritt? Wie läuft denn das ab? Oder Herr Embach, wie machen Sie diese Sounds da am Computer und solche Geschichten? Das finde ich dann schon cool, wenn du dann auch darüber ein Thema hast, um deine Schüler so ein bisschen zu inspirieren, anzuregen oder zu verwegen. Also du kriegst ja über so einen Kanal definitiv dann deinen... Das junge Publing holst du da ab. Genau. Also du hast ja jetzt erzählt, dass du jetzt jede Menge gemacht hast in der Vergangenheit am Keks, aber hast auch Mund-zu-Mund-Propaganda genutzt, hast Flyer gemacht, hast eine Homepage gemacht und warst einfach viel unterwegs und überall präsent. Das hat ja gut für dich funktioniert. Jetzt haben wir ja... Oder willst du da noch was dazu? Ja, also was man dazu sagen kann zu der Mund-zu-Mund-Propaganda ist halt Folgendes. Das kommt ja nicht nur in erster Linie zum Beispiel jetzt durch Veranstalter. Wobei man bei Veranstaltern nach meiner Meinung immer auf verschiedene Sachen achten sollte. Man sollte sich immer bedanken. Man sollte versuchen, immer einen guten Eindruck zu hinterlassen, was ich heutzutage nicht mehr einsehe, bei einem Veranstalter einen guten Eindruck zu hinterlassen, der mich behandelt wie... Ja, ich denke, das ist aber der normale Benimm oder der soziale Kontakt, den man dann so pflegt oder den Benimm, den man haben sollte, dass man Leute, mit denen man arbeitet, dass man das einfach wertschätzt. Eigentlich schon, aber es gibt solche Fälle und natürlich auch noch andere Fälle. Okay, das glaube ich dir gern. Und wichtig ist es halt einfach auch, dass du dich mit deinen Musikerkollegen verstehst. Weil ich würde mal behaupten, die meisten Kontakte, die bei mir einfach entstanden sind zu anderen Bands oder zu anderen Musikern und Formationen oder Projekten, lief in erster Linie wirklich durch die Mund-zu-Mund-Propaganda mit den Kollegen. Dass der Kollege gesagt hat, ey, ich kenne da jemanden, der spielt gut, der kann auch noch singen, ruf doch den mal an, ob der Zeit hat. Weil heutzutage funktioniert das Geschäft im Endeffekt auch nicht wirklich anders. Sollte man nicht unterschätzen. Ne, überhaupt nicht. Daher seid immer freundlich zu euren Kollegen. Also Mund-zu-Mund-Propaganda auch im Musikbereich nach wie vor eine sehr, sehr gute Empfehlung und ein sehr guter Weg. Mund-zu-Mund-Propaganda hat vielleicht auch beim nächsten Thema geholfen. Patrick, wir haben ja nicht nur musikalisch im Studio oder als im Bandbereich zusammen zu tun gehabt. Wir hatten ja auch bei einem Kino-Projekt, hatten wir ja auch. Wie kam es denn oder wie kam es, dass du sagst, Hobi, ich habe gesehen, ihr habt ein Casting. Wie kam es dazu, dass du sagst, naja, also ich stehe auf der Bühne, ich bewerbe mich jetzt mal für diesen Kino-Trailer. Also da habe ich Bock drauf. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich habe halt einfach immer wieder auch Bock auf neue Herausforderungen. Also auch einfach mal was Neues machen, was anderes kennenlernen, finde ich wichtig, allein für die persönliche weiterentwickeln. Es sind Erfahrungen, die du machen kannst, das ist genauso wie jetzt mit der Gesamtschule. Es ist was total anderes, wenn du vor 30 Kindern stehst und probierst, denen was zu erklären, als wenn du nur Einzelschüler unterricht hast. Ich schließe auch nicht aus, dass ich vielleicht später irgendwann nochmal irgendwas ganz anderes mache. Ich weiß es nicht genau. Ich lasse mich einfach mal überraschen, auf was ich gerade auch Bock habe. Also ich bin relativ für viele Dinge offen, einfach um halt auch verschiedene Sachen kennenzulernen. Gibt es denn für dich, dass du natürlich stehst auf der Bühne ohne den letzten doppelten Boden und sagst, wir spielen jetzt live. So 100, 200, vielleicht auch mal für 1000 oder für 2000. Das ist ja jetzt mal relativ egal. Aber gibt es denn einen Unterschied, wenn du vor der Kamera stehst oder gestanden hast, so wie jetzt auch, zu einem Live-Gig? Ist das ein Unterschied oder sagst du, nee, das ist... Ja, es ist ein Unterschied für mich persönlich, wenn du von verschiedenen Fotografen diese ganzen Outtake-Bilder sehen würdest von mir. Also auf manchen Bildern habe ich einen tierischen Psycho-Blick drauf, da kriege ich sogar von mir selbst Angst. Okay. Ist es schon immer so was, wo du denkst, hey, hoffentlich kommt jetzt meine freundliche Ader raus, aber ich weiß es nicht ganz genau. Nee, es ist schon ein Unterschied. Also bei einem Live-Auftritt behalten sich die Menschen eigentlich immer nur gewisse Momente. Man erzählt auch, dass oftmals nur so die letzten 15 Minuten von einem Gig jemanden besonders in Erinnerung bleiben. Hängen bleiben, ja. Und bei einem Videodreh bleibt natürlich alles drauf. Und wie war das dann für dich, als du, du hast den Spot ja bestimmt auch schon gesehen, also der Patrick hat bei dem aktuellen Kinowerb-Spot von der Schreinerei Schmidt in Gimsheim mitgewägt und hat da einen gebrellten Kunden gespielt. Wie war das denn für dich, als du dann das erste Mal in, keine Ahnung wie groß die Leihwand jetzt ist, aber so in 15 mal 10 Metern gesehen hast, wie war das denn so für dich? Einerseits war es cool, andererseits war es ein bisschen so, dass du gedacht hast, ach du meine Güte, was hast du denn da gemacht? Es war schon echt interessant, vor allem wenn du dann selbst im Kino sitzt und auf einmal läuft dieser Spot und du denkst, oh mein Gott und hinter dir tippt dir jemand auf die Schulter und sagt, das sind doch sie. Du denkst dir also, ja, okay. Als der Spot angelaufen ist, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich auf einmal hatte von Freunden, Bekannten, die mich dann auf einmal im Kino gesehen haben oder du wirst dann auf einmal in der Musikschule drauf angesprochen, du wirst dann in der Gesamtschule drauf angesprochen. Süß fand ich einen kleinen Jungen, der bei mir Klavierunterricht hatte, er kam mit seiner Mutter zum Unterricht und er steht dann da und die Mutter sagt, jetzt erzähl mal dem Herrn Embach, wo du den gesehen hast. Und ich so, ja, komm, lauf mir die Sprache, wo hast du mich denn gesehen? Nein, sag ich nicht. Dann habe ich schon gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Und dann ging das irgendwie so weiter, so drei, vier Mal hin und her und irgendwann hat die Mutter halt aufgelöst und sagte, ja, der hat sie im Kino gesehen, als wir in der Eisprinzessin waren. Auf einmal wurde der Junge ganz, ganz hütend und hat gesagt, Mama, ich will doch nicht, dass du das rum erzählst. Meine Freunde denken dann alle, ich wäre nicht cool. Nur weil er sich die Eisprinzessin angeguckt hat. Aber es ist eine coole, coole Story. Ja. Wir haben ja jetzt schon über Karriere, über Werbung, über Möglichkeiten als Musiker sich so zu präsentieren gesprochen. Kommen wir doch jetzt mal zu einem ernsteren Thema. Ja. Du als Musiker bist ja selbst mehr oder weniger. Auch wenn du mehrere Standbeine hast, also du bist ja jetzt von der aktuellen Lage. Wir haben jetzt im Moment, für die, die den Blog vielleicht ein bisschen später sehen, wir haben im Moment den März 2020. Das heißt, Deutschland hat im Moment ebenso wie ganz viele andere Länder das Problem der Corona-Pandemie. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und natürlich ist die ein oder andere Branche, speziell Messen, Veranstaltungstechnik, Musiker, die sind alle betroffen. Darüber hinaus natürlich noch viele andere Gewerbe, viel Industrie. Aber ich habe das Gefühl, also ich persönlich, vor allem die kreative Branche, auch Film, alles was irgendwie Musik und so weiter ist, ist da sehr hart getroffen und steht teilweise auch still. Was ist jetzt so deine Wahrnehmung oder dein Eindruck? Was hast du für eine Einschätzung jetzt im Moment zu dem Thema? Also ich befürchte, dass sich dieses ganze Thema noch eine ganze Weile hinziehen wird. Hoffen wir es nicht, aber ich glaube, du hast recht. Klar, man möchte jetzt wirklich nicht das Schlimmste hoffen, aber ich denke halt schon, dass, ja, ich hoffe, dass wir bis Juni, Mitte Juni durch diese ganze Geschichte irgendwie durch sind. Spätestens. Ja. Alles spätestens. Es ist ja jetzt schon so, dass ich durch verschiedene Gruppen, in denen ich aktiv bin, sei es bei Facebook oder sonst irgendwo, eben mitbekommen, wie sehr Kollegen von mir mit dem Rücken an der Wand stehen, die teilweise nicht wissen, wie sollen sie jetzt ihre Miete zahlen, weil selbst das, was sie auf die Seite geschafft haben, die Rücklagen, die sie gebildet haben, jetzt auf einmal verschwinden. Rapide. Der eine hat vielleicht jetzt sich entschieden, mit seiner Frau zusammen ein Haus zu kaufen, bei den anderen ist vielleicht der Nachwuchs unterwegs, der eine hat ein neues Auto gebraucht, das sind lauter so kleine Faktoren. Oder große, wenn du in den Haus läufst. Ja, klar. Großer Faktor, ja. Also ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, weil es ist, wie du sagst, es ist ja nicht nur die kreative Branche. Ich finde es fantastisch, dass meine Kollegen versuchen jetzt alles möglich zu machen und nach Antworten oder Lösungen suchen. Ein Kollege von mir, der Patrick Metzger, Schlagzeuger, unter anderem bei Beatrice Egli, ist ein total cooler Netzwerker. Er postet ständig fleißig irgendwelche Lösungsansätze, wo man sich hinwenden soll, was man vielleicht probieren kann. Da kann man im Endeffekt nur dankbar darum sein, dass man so Kollegen hat. Andere Kollegen, über die ich vorhin gesprochen habe, Sascha Krebs vom Kapitol Mannheim, die machen jetzt heute Abend ein Benefizkonzert, was über Streaming übertragen wird. Man versucht irgendwas zu machen. Man will irgendwas tun, weil dieser Stillstand, gerade für Menschen, die halt eben kreativ sind, ich glaube, sehr, sehr schwierig ist. Ich merke es auch selbst an mir. Ich bin bei Instagram jetzt die letzten zwei Tage abends live gewesen, also das ist für mich schon irgendwie strange. Keine Ahnung. Da haben wir auch dazu geschreit. Finde ich auch eine schöne Lösung, dass der Patrick dann mal sagt, naja, ich habe gerade Zeit. Du hast ja ähnlich auch so einen kleinen Studiumkiller und ich spiele einfach mal live, was die Leute irgendwie hören wollen. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe auch in den letzten ein, zwei Wochen mit dem einen oder anderen gesprochen, auch mit einer befreundeten Band von uns, die ich auch schon länger kenne. Die haben gesagt, naja, dann machen wir unsere Proben und Konzerte, teilweise streamen wir oder wir gehen einfach live. Eine befreundete Musikschule von uns, die hat keine Musikschule, eine Tanzschule, Entschuldigung. Die haben auch gesagt, naja, dann machen wir die Stunden halt mehr oder weniger live oder streamen die. Also irgendeine Möglichkeit gibt es. Man kann natürlich, das Problem kann man sich jetzt nicht irgendwie totreden oder wegdenken, das wird immer bleiben, aber ich denke, man kann zumindest probieren, so ein bisschen was draus zu machen. Also jetzt einfach den Kopf in den Sand stecken und jetzt die nächsten acht Wochen oder vier Wochen zu sagen, ich mache jetzt irgendwie gar nichts, das wird schon rumgehen, ist glaube ich der Fall der Ansatz. Also irgendwas sollte man tun. Deswegen finde ich zum Beispiel auch cool, dass du sagst, ich gehe dann halt mal live oder streamen. War das so eine Probe für dich oder war das so ein Mini-Konzert, Wunschkonzert? Im Endeffekt war das mehr oder weniger eh eine Probe, dass ich immer mal wieder meine Sachen durchgehe. Ich programmiere ja zur Zeit auch sehr viele Sounds wieder nach, durch die Anschaffung von neuem Equipment und immer wieder kommen so die Fragen, hey, wo gibt es denn deine Sounds zu kaufen und sowas oder gibst du die raus und da bin ich halt auch dann ein bisschen kulant. Kulant, das heißt kulant, also ich teile meine Sounds, ja, das werde ich jetzt tun, aber halt auch nur gegen Bares, weil das ist meine Zeit, das ist meine Arbeit, die ich da reinstecke und ich... Wie lange programmierst du einen Sound? Boah, das ist... Was hat mir so gut gefallen in dem Livestream, das war, ich glaube, Mr. Wayne, war es Mr. Wayne? Oder, ja, ich glaube, Mr. Wayne war es. Ja, Rhythm, Mr. Dancer war es. Rhythm, Mr. Dancer, genau. Wie lange hockst du denn an so einem Sound? Da habe ich schon gut, weit über eine Stunde dran gehangen. Also... Deine Zeit, deine Arbeit, ja. Genau. Das lasse ich mir dann halt auch honorieren. Daher... Das führt dann zum Bereich auch zum Beispiel auf der neuen Homepage einfach, die ein guter Freund gerade für mich macht. Baut, programmiert, ja. Bauten, programmiert, wo es dann einen Bereich geben wird, wo man solche Sounds für diesen speziellen Keyboard-Typ zum Beispiel einfach kaufen kann. Und vielleicht kann ich das noch ein bisschen ausweiten. Mal gucken, je nachdem, wie mir dafür die Zeit anlegen reicht. Ist quasi auch ein weiteres Standbein. Ja, natürlich. Im Endeffekt ist, wenn du dich als Freiberufler irgendwie bewegst, als Selbstständiger, dann solltest du auch gucken, dass du nicht einfach nur eine Einnahme kennenzulernen hast. Ja, das ist richtig. Das siehst du ja jetzt gerade an dieser aktuellen Geschichte mit dieser Corona-Krise. Viele haben einfach nur dieses Standbein. Und wir reden jetzt nicht nur von kreativen Menschen, wir reden jetzt auch mal von allen selbstständigen Unternehmen. Sei es als Restaurantbetrieb, Messebauer, Veranstaltungstechniker und was weiß der Geier. Also der Rattenschwanz ist ellenlang. Jetzt sogar meine Mutter, die einen sogenannten Otto-Shop oder wie kennen mich da nicht so. Das kann man so nennen. Genau, Otto-Shop mit so Geschenkartikel, Augengedönsat. Sie merkt es genauso und bei ihr wird aber auch Ende des Monats die Miete fällig. Das sind immer solche Geschichten, wenn du da nicht guckst, dass du da dich so aufstellst, dass du sagst, okay, ich kann auch mal eine Situation, die jetzt mir nicht so in den Kram passt, überstehen. Weil gehen wir mal auf Corona weg und gehen einfach mal auf dieses Ding, du wirst krank für längere Zeit. Ja, ja, ja. Hast du den Arm ans Keyboard? Das Problem hatte ich ja 2015, dass ich mir die rechte Hand gebrochen hatte. Worst case. Ich konnte zwar noch unterrichten, was dann mir da wenigstens die Einnahmen der Musikschule einfach gesichert haben, aber bei Geeks wurde es dann schon problematisch. ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt auch so eine spezielle Geschichte, das war eine Saga-Tribute-Band und ohne rechte Hand kannst du den Kram nicht spielen. Aber heute ist du da alles gut, alles ganz und heute funktioniert dir da alles astral. Ich habe jetzt mittlerweile eine Fingerfehlstellung, habe viel üben müssen, dass ich wieder einigermaßen schmerzfrei spielen kann. Ich habe immer noch Probleme mit der Hand, aber es ist nicht so, dass es mich großartig behindert. Und das ist doch gut, dass die Story schon ausging. Also auch eine Empfehlung, ihr habt es ja gehört von Patrick, also auch von mir, ich bin jetzt auch seit 12, 13 Jahren als Unternehmer selbstständig und unterwegs, also so einen Plan B zu haben, ist nie verkehrt oder einfach zu sagen, ich stelle mich ein bisschen breiter auf. Klar kann man immer das tun, was man liebt, aber vielleicht als Musiker einfach zu sagen, okay, ich unterrichte vielleicht noch recht geben Unterricht oder vielleicht, was man sagt, naja, als Musiker kann man sich vielleicht ja auch neben dem Unterricht vielleicht auch noch in eine andere Richtung entwickeln, dass man sagt, ich kümmere mich ein bisschen mehr um Technik oder helfe hier und da mal aus. Also da gibt es ja immer Mittel und Wege, aber nichtsdestotrotz, ich denke, ich spreche da auch für Patrick auch mit, hoffe ich, dass die Situation jetzt auch langsam wieder zurückgeht und alle das unbeschadet irgendwie überstehen. So, das war jetzt ein recht ernstes Thema, Patrick. Heinz, habe ich dazu noch zu sagen. Bleib verdammt nochmal zu Hause. Okay, da hat er allerdings recht. Eigentlich ist das auch nicht lustig, aber bleibst wirklich zu Hause, das stimmt schon. Da hört man ja auch viele, viele Stories. Leider. Patrick, wenn ich jetzt irgendwas von dir hören, sehen oder dich live sehen will oder dich dann irgendwie in zwei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen dich mal wieder live sehen will, wo kriege ich denn irgendwas von dir mit? Also wir blenden jetzt nicht deine Handynummer hier ein, aber vielleicht irgendwie gibt es eine Homepage oder so irgendwas. Also wie gesagt, die Homepage wird gerade überarbeitet. Ich denke mal, die wird in ein, zwei Wochen, sollte die eigentlich wieder online sein. Auch der, derjenige, der das macht, der hat jetzt auch ein bisschen mehr Freizeit. Man dürfte eigentlich nicht lachen. Man dürfte eigentlich nicht lachen. Aber ohne Humor wird die Sache noch schlimmer. Ja, das ist ja recht. Ja, es gibt eine Internetseite, die heißt www.patrickembach zusammengeschrieben patrick mit ck .de Hier blenden es hier ein. Genau. Ich habe einen Instagram-Channel. Ich bin auf Facebook-Auto zu finden. Da stehen auch immer mal wieder Termine drin und alles Mögliche. Gibt auch immer so kleine Videoclips oder bei YouTube findet man einen Kanal. Multimedial irgendwie schon gut aufgestellt. Bei iTunes gibt es auch so einen Titel von mir, aber den müsst ihr selbst finden. Oh, okay. Findet man aber auch bei Amazon oder Spotify ist er auch, glaube ich, drin. Im neuen Image-Trailer von der Schreinerei findet man ihn auch. Oh, das hat er ja schon. Genau, stimmt. Stimmt. Ja, das ist so im Großen und Ganzen. Okay, hast du denn jetzt für die Zukunft, jetzt wo wir uns dem Ende nähern, hast du denn irgendwas geplant? Also natürlich hast du gesagt, man weiß nie, wo die Reise hingeht, aber sagst du jetzt, okay, ich habe jetzt Musikschule, da habe ich meine Schäfchen im Trocknen, bin irgendwie musikalisch, habe ich auch genug zu tun. Gibt es da nochmal irgendwie was von dir, dass du sagst, oh, das mit der Kommeror, das fand ich ganz gut, das könnte ich mir nochmal vorstellen? Oder sagst du vielleicht, ich mache irgendwie eine eigene Künstleragentur auf? Oder sagst du, ich mache eine eigene Musikschule? Oder hast du denn irgendwelche Pläne für die nächsten zwei, drei Jahren? Der Klassiker ist ja immer Weltherrschaft, aber ich glaube, man sollte ein bisschen kleiner anfangen. Ja, also ich arbeite immer noch an der, ich arbeite jetzt an der zweiten Million, weil es mit der ersten nicht geklappt hat. Genau. Nein, ich habe jetzt momentan nicht wirklich irgendwie große Pläne da für die Zukunft. Es stehen zwei, drei Sachen für mich an, die jetzt ganz interessant sind. Das eine ist natürlich, mich in der Gesamtschule jetzt da zurechtzufinden, als Lehrer und bisher sind die Rückmeldungen von den, sei es von den Schülern, den Klassenlehrern, bisher positiv. Also das freut, das freut mich, dass ich, und ich möchte halt in den Job jetzt auch noch ein bisschen mehr hineinwachsen. Ich freue mich über Auftritte, einfach mit meinem Kollegium, weil mit den Leuten verstehe ich mich alle gut und wir haben auch immer irgendwie, egal wie doof der Job ist, wir haben irgendwie immer miteinander Spaß und ich vermisse es langsam auch schon ein bisschen. Das ist schon schade. Ich drücke die Daumen, dass das bald wieder so ist. Im nächsten Jahr wird es, wenn alles funktioniert, ein Großprojekt von der Musikerinitiative in Lambertham geben. Das ist so ein Zusammenschluss aus Musikern, die aus der Stadt Lambertham oder ich bin der einzige Bürstädter bisher, der dann wieder dabei sein darf. Das ist so eine andere Geschichte. Ich glaube, ich habe ein Gerücht gehört, dass Büchstadt in Lambertham oder so. Ja, genau. Man macht sich auch immer noch einen Witz draus, wenn ich dort auf die Bühne gehe. Da wird es im nächsten Jahr ein Großprojekt geben, was so a la Popmeets, Klassik, Rockmeets, Klassik laufen wird mit Orchester oder einem kleinen Orchester zumindest. Dafür schreibe ich die Augen Schmars. Okay. Ja, und dann halt mal schauen, was sonst noch kommt. Kann ja sein, dass du nochmal mit einem Werbespot oder dass du um die Ecke kommst oder sowas. Ich halte mir das alles offen. Finde ich gut. Das nächste, was jetzt für mich einfach wichtig ist, ist noch mehr Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Familie, klar. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ja, ansonsten. Aber für mich macht das alles Sinn, was du so erzählst. Also so vom, alles was du so, so in deine Wertschätzung, also wie du die Dinge angehst, wie du die Dinge siehst, auch was du jetzt nach außen hin kommunizierst, also das sieht schon sehr, sehr bodenständig aber auch sehr, sehr sinnvoll und du hast trotzdem den Spaß nicht verloren. Zumindest, finde ich, also so kommt es rüber, so kommst du auch an, sehr, sehr, sehr ehrlich auch. Also von daher denke ich, das kann doch alles gut gehen, was du dir so vollgenommen hast. Ich hoffe es zumindest, sondern also ich sehe, ich gehe in erster Linie mit relativ wenig Erwartung an die Dinge dran. Einfach, dass du, wenn es klappt, freue ich mich umso mehr, wenn es halt nicht klappt, ist die Enttäuschung dann auch nicht so groß. Finde ich, ist immer auch so ein ganz guter Aspekt und vor allem, egal was passiert, irgendwo soll, das Letzte, was man verlieren sollte, ist eigentlich sein Humor. Wenn ich über gewisse Dinge irgendwann nicht mehr lachen kann, dann sollte ich es besser lassen. Okay. Auch wenn es ein Auftritt war, bei dem ich mich über irgendwas aufgeregt habe, eine Woche später lache ich drüber. Und das ist dann eh egal. Genau. Okay. Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und wir konnten vielleicht auch so in dieses mysteriöse Musikerleben so ein bisschen Licht reinbringen. Aber ihr seht, die Musiker sind auch nur Menschen und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.